Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich wieder, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 11. Januar 2019 mit dem Video Engelbotschaft für heute. Die Engel sagen dir heute, sei risikobereit. Was ist dein heimlichster Wunsch, den du gerne realisieren würdest? Vielleicht hast du Angst vor Enttäuschungen, daher zögerst du noch, dir deinen geheimsten Wunsch einzugestehen oder Schritte zu seiner Erfüllung vorzunehmen. Geliebtes Wesen, wir unterstützen dich und deine Bestrebungen. Wage etwas und erlaube dir zu träumen, dir vorzustellen, dass dein Wunsch bereits erfüllt ist. Und tue etwas, um dazu beizutragen, dass es wahr wird. Was du tust, ist nicht so wichtig wie die einfache Ausführung der Bewegung in die Richtung dahin, was du dir so sehr wünschst. Egal, ob es darum geht, jemanden anzurufen, zu schreiben, nachzuforschen, zu affirmieren oder was immer es ist, wozu du dich veranlasst fühlst. Die Energie, die du auf diese Weise aufbringst, wird das Universum für dich tätig werden lassen. Ein Gedanke für dich für den heutigen Tag, spreche es nach. Ich wage etwas, ich riskiere es, erfüllt, glücklich und zufrieden zu sein, in dem Wissen, dass ich den Mut aufgebracht habe, an meine Träume zu glauben. Das war die Engelbotschaft für heute. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald Namaste, deine Valeria.